Hallo alle zusammen, hier ist Sascha vom B-Secure-Team. Bei B-Secure setzen wir uns für eine sichere und positive Internetnutzung bei Kindern und Jugendlichen ein. Dies ist das fünfte von sechs interaktiven Videos, die sich um unsere speziellen Smart-Regeln drehen. Hier sind sechs einfache Tipps, die euch helfen, sicher im Internet unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört. Natürlich erfahrt ihr hier nicht alles, was ihr wissen müsst, aber wir glauben, dass es ein guter Anfang ist. In diesen Videos werden wir euch viele Fragen stellen und euch Zeit lassen, damit ihr euch über eure Ideen austauschen könnt. Es wäre wirklich toll, wenn Erwachsene und Kinder diese Videos zusammen durcharbeiten könnten. Achtet auch auf unsere drei Challenges am Ende. In diesem Video erzähle ich euch alles über die T-Regel. Dann fangen wir mal an. Als erstes müssen wir herausfinden, wofür das T steht. Ihr habt zehn Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Okay, habt ihr euch entschieden? Steht T vielleicht für T? Oder wie wär's mit Tiger? Oder steht T für Telefon? Tatsächlich steht T für... Habt ihr es erraten? Wir kommen gleich darauf zurück, doch zuerst scheint Sammy eine Frage für uns zu haben. Sammy möchte wissen, was das Beste ist, wofür die Leute das Internet benutzen. Ihr habt 20 Sekunden Zeit, um euch so viele Beispiele wie möglich zu überlegen. Los geht's! Noch fünf Sekunden. Und Stopp! Wie viele habt ihr gefunden? Wir können das Internet für so viele fantastische Dinge nutzen. Mich fasziniert es, dass man mit dem Internet tolle neue Dinge erschaffen kann. Man kann zum Beispiel Spiele oder Webseiten programmieren. Ich denke auch daran, wie wir uns gegenseitig helfen können, indem wir uns Nachrichten schreiben oder jemanden anrufen. Was meinst du, Sammy? Oh! Online etwas Neues lernen. Das ist gut! Ich bin mir sicher, dass ihr im Moment viel Neues im Internet lernt. Wir bei BeSecure finden, dass das Internet super cool ist, aber wir wissen auch, dass manche Menschen es leider falsch verwenden. Wie nennen wir es, wenn jemand das Internet nutzt, um unfreundlich zu sein? Ihr habt fünf Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Wenn ihr Cybermobbing oder Online-Mobbing gesagt habt, habt ihr recht. Cybermobbing oder Online-Mobbing ist, wenn jemand übers Internet jemand anderen mobbt. Und das kann unterschiedlich aussehen. Jemand verschickt eine gemeine Nachricht. Jemand ist im Videospiel unhöflich oder macht euer Spiel grundlos schlecht. Oder jemand schickt euch ein gemeines Bild oder ein fieses Emoji. Wie fühlt man sich, wenn man online gemobbt wird? Diesmal habt ihr 30 Sekunden Zeit, um euch auszutauschen. Drei, zwei, eins. Euch sind bestimmt viele verschiedene Gefühle eingefallen. Und hier sind einige meiner Ideen. Ich denke, jemand, der gemobbt wird, fühlt sich verärgert, traurig, wütend, einsam, beunruhigt, ängstlich, verwirrt, ausgeschlossen. Wir möchten niemals, dass sich jemand so fühlt. Jemanden online oder offline zu mobben, ist nie in Ordnung. Schauen wir uns das nächste Bild an. Hier sind ein paar Nachrichten, die in einem Videospiel verschickt wurden. Warum spielst du das Spiel überhaupt? Du bist Müll. Ich hab mein Bestes gegeben. Mir egal. Du bist so dumm und hast keine Freunde. Haha. Wie würden wir so ein Verhalten nennen? Cybermobbing. Wenn ihr an unsere heutige Regel denkt, könnt ihr das Wichtigste nennen, was man in dieser Situation tun sollte? Ich zähl bis drei. Eins, zwei, drei. Teilt mit. Gut gemacht. Und danke, Sammy. Teilt es einem Erwachsenen mit, den ihr kennt und dem ihr vertraut, damit er oder sie euch hilft. Erinnern wir uns an die T-Regel. T steht für teilt mit. Wenn euch online etwas beunruhigt, unangenehm ist oder euch verwirrt, teilt es jemandem mit. Es jemandem mitzuteilen ist sehr wichtig. Aber Sammy fragt auch, was man sonst noch tun kann. Denkt 20 Sekunden lang über die Nachrichten im Spiel nach. Was kann man in dieser Situation sonst noch tun? Eure Zeit läuft ab jetzt. Noch fünf Sekunden. Und Stopp! Euch sind sicher ein paar super Tipps eingefallen. Und hier sind ein paar Vorschläge von Sammy. Die Beweise speichern. Wenn auf eurem Gerät jemand gemein zu euch ist, macht einen Screenshot oder mit einem anderen Gerät ein Foto von eurem Bildschirm. Dann könnt ihr jemandem genau zeigen, was passiert ist. Das Meldesystem benutzen. In einem Spiel oder in einem Spiel oder einer App etwas zu melden heißt, dass das Sicherheitsteam darüber informiert wird, was passiert ist. Den anderen Spieler blockieren. Den anderen Spieler blockieren. Jemanden zu blockieren, damit die Person euch keine Nachrichten mehr schicken oder mit euch spielen kann, kann sehr hilfreich sein. Wenn jemand etwas gemeines zu uns sagt, haben wir vielleicht das Gefühl, antworten zu müssen. Wir sind dann wütend und es kann verlockend sein, auch etwas nicht so Nettes zu sagen. Es ist aber besser, nicht zu antworten und es einem Erwachsenen, den man kennt und dem man vertraut, mitzuteilen. Nehmen wir uns noch einmal ein wenig Zeit zum Überlegen. Bitte streckt eure Hand aus. Ich möchte, dass ihr an euren 5 Fingern aufzählt, wem ihr mitteilen könnt, wenn euch online etwas beunruhigt. Ihr habt 20 Sekunden Zeit für 5 Ideen. Los! 3, 2, 1 Gut gemacht! Wir können es vielen Leuten mitteilen. Ich habe ein paar Ideen, vielleicht sind eure ähnlich. Teilt es mit jemandem zu Hause? Jemandem in der Schule? Eurer Tante, eurem Onkel oder euren Großeltern? Einer nationalen Telefonhilfe oder Helpline. Der BeSecure Helpline unter 8002 1234. Dem Beratungsdienst KJT unter 111 6111. Einer Onlinehilfe eine Nachricht schreiben unter www.kjt.lu.de oder mit einem Beraterchatten unter www.kjt.lu.de Jetzt hat Sammy eine letzte Frage für euch. Wie könnt ihr es jemandem mitteilen? Gute Frage, Sammy! Manchmal beunruhigt uns etwas und es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, um zu erklären, was passiert ist. Haltet das Video jetzt kurz an und übt, wie ihr es jemandem mitteilen könnt. Fallen euch drei Möglichkeiten ein? Fantastisch! Ich denke, Sammy hat auch ein paar Ideen, vielleicht ähnliche wie ihr. Ja, ihr könntet sagen, ich brauche Hilfe bei einer Sache, die online passiert ist. Was meinst du, was ich tun soll? Jemand hat mir im Videospiel das hier geschickt. Kann ich mit dir über etwas reden? Ich ärgere mich, weil… Egal welchen Weg ihr wählt, das Allerwichtigste ist, es jemandem mitzuteilen. Das war's dann. Das ist die T-Regel. T steht für Teilt mit. Wenn euch online etwas beunruhigt, unangenehm ist oder euch verwirrt, teilt es jemandem mit. Nun kennt ihr die T-Regel. Wie geht es jetzt weiter? Wir hätten da drei Challenges, die ihr vielleicht ausprobieren wollt. Nummer eins. Wir können mit vielen Leuten reden, wenn online etwas passiert ist. Malt ein Bild von euch in eurer Lieblings-App oder in eurem Lieblingsspiel. Schreibt oder malt darum herum die Leute, die ihr um Hilfe bitten könnt. Nummer zwei. Übt, Screenshots auf eurem Gerät zu machen. Wenn dann online etwas passiert, bei dem ihr euch unsicher seid, könnt ihr es jemandem zeigen. Nummer drei. Denkt euch eine Geschichte über jemanden aus, der die T-Regel benutzt, weil etwas Unangenehmes online passiert ist. Ihr könnt die Geschichte aufschreiben oder malen. Sucht euch die Challenge aus, die euch gefällt oder versucht es mit allen drei. Für die Erwachsenen gibt es auf unserer Webseite besecure.lu noch viel mehr Informationen über Sicherheit im Internet. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.